Hallo, wir wollen euch heute eine Kindertour, ein Kinderzimmertour geben, wenn ihr mitmacht. Alles Gute und hier ist unser schönes Kinderzimmer, das wir endlich eingerichtet haben. Hier ist sein Kinderschrank, das mussten wir einbauen, dafür die Klamotten konnten wir da aufhängen. Das kam nicht so, wurde ja alles auf dem Internet eingekauft und kam dann mit der Post. Hier ist ein Füllwäsche, ein Schrank, das ist sogar ein, wo man normalerweise einen Wickeltisch nennt man das, aber das war zu klein für Ray, das ist jetzt leider nur für seine, hier sind die Windeln drin und die Voips und die hübsche Lampe dazu. Der erinnert mich immer an die Oma, die hat ja alle solche Porzellansachen, auch solche, das musste ich leider auf EZ kaufen, das ist online, weil man sowas hier gar nicht kriegt, solche Porzellansachen. Und hier ist seine Spiel-Ecke, da hat er einen kleinen Tisch und jetzt zeigen wir mal die Spielsachen, da haben wir ein paar Klötze, ein Einhorn hat er auch, ein paar Äffe, Affen, Affen, Affen. Yes, let's switch. Stop it.